An Larimar wird man, und da bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher, wenn es ein echter Larimar ist, wirst du den nirgendwo ein Armband um diesen Preis bekommen. Das wird es nirgends geben. Wenn der weg ist, also du siehst schon, es ist wirklich eine ganz hochwertige Larimar. Da gibt es ja ganz viele Unterschiede, wenn er echt ist. Und sehr, sehr oft ist er leider nicht echt. Bei mir darfst du dir hundertprozentig sicher sein, dass es ein echter Larimar ist. Die Gabi Köster, da habe ich schon die Fotos zuvor gesendet, und die hat sofort eingekauft. Die hat sich unter anderem, und ich glaube, da kommen wir jetzt gleich weiter dazu, die Larimar-Kette. Da gibt es aber nur noch ein ganz kleines Stückzahl. Die werden wahrscheinlich in den Außenkopf gehen. Ich mache ja schon immer Donnerstag, bevor ich hierher komme, meine Sendung im Internet. Und da wurde sie schon sehr nachgefragt. Die wird gebraucht zum Beispiel auf Ebay-Angeboten, also Larimar-Ketten, echte Larimar-Ketten für solche Preise. Also das muss man jetzt einfach mal wirklich sich mal angucken, was wir hier anbieten. Das bedeutet für euch wirklich, das ist eine Wertsteigerung. Also Armband nicht, das ist die Kette. Das sage ich ja, aber wir können auch ganz kurz die Kette natürlich einblenden, weil die wird wahrscheinlich heute das letzte Mal präsentiert werden. Und wenn die weg ist, dann ist sie halt auch weg. Und da sind wir bei Preisen von, ja, guckt es euch an. Also selbst der Originalpreis bei dir im Laden wäre noch günstiger, als das, wie sie gebraucht quasi ja auch wirklich noch zu finden ist. Ja, aber Larimar ist, ich glaube, da ist noch eine andere dabei, die ist noch ein bisschen teurer. Ja, das bin ich dann gleich. Es ist ja nur so ein Beispiel, also dass man wirklich dann auch sehen kann, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich glaube, jeder, der sich mit Heilsteinen auskennt und vielleicht kennst du dich ja mit Heilsteinen aus, so wunderschöner Larimar kriegst du nirgendwo um diesen Preis. Ich habe das wirklich jetzt besonders möglich gemacht, aber die Kurzketten sind schon jetzt fast in den Ausverkauf gegangen und werden heute wahrscheinlich in den Ausverkauf gehen. Also wenn du dich für diese Kette, die Gabi hat gesehen und hat gesagt, ich will, aber ich konnte sie ja noch nicht vorher, aber ja, jetzt hat sie es schon, denn das ist wirklich was Besonderes. Also dieser Larimarstein, der ist so schön, aber wir reden ja vom Larimarstein nicht nur wegen der Schönheit, sondern weil er eben, man sagt eben, dass er eine besonders starke heilende Wirkung hat. Und wir können hier, Entschuldigung, weil gerade im Callcenter ist die Hölle los, wir können hier, wir haben es vergessen zu sagen, auch wirklich bei den Bestellungen maximal drei Stück, also drei Armbänder und drei Ketten an einen Anrufer abgeben. Wir haben es nämlich schon gehabt, dass hier jetzt seit langem nicht mehr, weil wir es seit langem reduziert haben, aber früher haben hier ganz oft Juweliergeschäfte angerufen und haben die komplette Kollektion gekauft in einem Stück, dass alle leer ausgegangen sind. Deswegen, das wollen wir nicht, wirklich, wer sich jetzt dafür interessiert, der sollte jetzt anrufen. Die Ketten, die könnten vielleicht heute in den Ausverkauf gehen, da ist wirklich nur noch eine ganz kleine Stückzahl. So wie ich höre, ist es schon passiert, aber ich weiß es eigentlich nicht. Naja, unsere Kollegen im Callcenter, die wissen Bescheid, die können noch so lange es geht die Bestellung aufnehmen. Und ihr habt hier wirklich, ich zeige es nochmal, also es gibt natürlich verschiedene Angebote. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Kette, die ist ein bisschen anders gearbeitet, aber guckt euch den Preis an, wobei ich bei der Kette, upsala, bei der anderen Kette wirklich sagen kann, die ist wirklich so ähnlich, so ähnlich wie das, was wir von Gabi hier sehen. Und da liegt der Preis gebraucht schon bei, also das ist wirklich ein Hammer. Ne? Ja, also ich weiß es, ich weiß es, also wirklich, wenn du diese Kette haben möchtest, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt überhaupt noch vorhanden ist. Wir zeigen hier immer das Armband, die Kette kostet natürlich ein bisschen mehr, aber im Vergleich ist das wirklich das super Angebot. Also das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und der Larimar, ich hatte mal eine Larimar-Kollektion Armbänder, aber nicht diese Qualität und die habe ich Gute-Nacht-Kollektion genannt. Denn man sagt ja den Larimar auch nach, dass man durch ihn besonders gut schläft, dass man wunderschöne Träume hat. Man sagt, man kann mit ihm Traumreisen machen, weil man sich auf einmal an die schönsten Dinge in seinem Leben erinnert. Und ich glaube, wir wissen alle, wenn man frisch verliebt ist oder so, wie gut wir dann schlafen, weil wir so viele positive, schöne Gedanken haben. Und genau das holt dieser Larimar wieder hervor, dass man wirklich Traumreisen machen kann, dass man wunderbar schläft, dass man eben diese Verbindung... Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Es ist ein Wahnsinn, was gerade da bei uns los ist. Wirklich, nochmal gesagt, wir würden gerne auch morgen nochmal diese Kollektion vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei den Armbändern aussieht. Bei den Ketten, denke ich mal, werden wir morgen wahrscheinlich nichts mehr präsentieren können. Wissen wir nicht, wissen wir erst heute um 19 Uhr, denn dann wissen wir erst unsere Bestände. Aber unsere Kollegen im Callcenter, die sitzen am Computer, die können einsehen. Also wer jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte jetzt zugreifen. Das ist... Ich glaube, dann werden wir morgen auch gar keine Armbänder wahrscheinlich mehr haben. Ja, aber das ist ja wirklich ein mega Angebot. Also das ist wirklich... Niemand kann, wird einen echten Larimar, so einen schönen, zu diesen Preis anbieten. Da haben wir eben wirklich eine Fundgrube gemacht. Also Armbänder wird man bei einem Juwelier, und wir reden hier nicht von Gebrauchten, sondern wahrscheinlich auch nicht unter 500, 400, 500 Euro finden. Also wirklich in dieser Qualität findest du es nirgendwo. Und deswegen, ja, es war mir klar, deswegen habe ich es auch nicht gleich am Anfang von der Sendung gepackt, weil ich gewusst habe, jeder, der sich auskennt, ein Larimar in dieser Schönheit. Und man muss ja sagen, aber das passt ja eben so wunderbar zusammen, beide Steine, sowohl die Perlmuth wie der Larimar, was verbindet es das Meer, Atlantis, dieses Gefühl von Schönheit, von Leichtigkeit, von Perfektion, von das, so wie wir uns das Paradies vorstellen. Und deswegen, die beiden Steine harmonieren so wunderbar miteinander. Was? Das gibt es ja gar nicht. Also uns, die... Rennen uns die Bude ein, sagt ruhig, sie rennen uns die Bude ein. Ja, also ich... Oh ja, dann wird es wahrscheinlich, dann weiß ich gar nicht, wie viel, wie sieht es, Armbänder wahrscheinlich dann auch morgen nicht mehr, ne? Also Kette, denke ich mal, ist weg. Könnt ihr aber nochmal nachfragen. Den Preis, der ist dann auch weg. Den wird es so nicht wieder geben. Den werdet ihr sonst woanders auch nicht finden. Denn wenn ihr einen Larimar, einen wirklich hochwertigen Larimar finden wollt, dann könnt ihr vielleicht auch mal bei Ebay gucken. Aber da findet ihr halt dann so ähnliche Ketten zu weit aus anderen Preisen. Und hier kriegt ihr noch eine ganz, ganz frische Kette. Das muss man auch sagen. Also die ist ganz, ganz neu. Und es ist natürlich hochwertigste Qualität. Das erkennt man aber auch. Also das ist ja so Heilsteine. Die haben ja nur diesen spirituellen Touch bekommen, weil die oftmals als Massenproduktion billig eingekauft worden sind, günstig zu haben sind. Dann haben sie zwar nichts gebracht, aber der Mensch hat sich ganz gut gefühlt. Aber derjenige, der so ein bisschen schlauer war, der hat schon gespürt, der, genau, das bringt ja alles gar nicht. Aber wenn man, und das wissen ganz viele Juwelier, die Juwelierhändler arbeiten ja auch mit Heilsteinen. Die erklären nur den Stein nicht. Ja, und vor allem, die findet man ja auch nicht. Dann Larimar, das ist ja, den gibt es ja nur an einem Ort dieser Erde, und zwar an der Dominikanischen Republik. Und da auch nur in einem Bergmassiv, wo man praktisch fast unter Wasser hinein muss. Und die Menschen, die ihn abbauen, also ich kenne eine Dame, die war dort. Und die, die das abbauen, die kommen freudestrahlend und wirklich wie wenn sie ein Heiligtum in der Hand halten. Und das tun sie auch, wenn sie diese Steine abbauen. Es ist wirklich eine Rarität, etwas ganz Besonderes. Und ich freue mich wirklich sehr, dir diese wunderschöne Qualität anbieten zu können. Oh, nimmerlangen. Entschuldigung, habe ich jetzt wieder laut gedacht. Aber es ist wirklich so, sie steht kurz vor dem Ausverkauf. Fragt bitte gerne nochmal nach 0800 222 7330. Aber ich denke, es macht jetzt gar keinen Sinn mehr, so lange darüber zu reden. Wenn, dann reden wir morgen nochmal drüber. Dann macht es nämlich auch nochmal Sinn für die Zuschauer, die morgen vielleicht... Ich möchte schon noch ein bisschen was über das Abendland. Können wir gar nicht mehr, weil sonst haben wir wirklich überhaupt gar keine Zeit mehr, meine Liebe. Du kannst noch gerne, dann müssen wir halt irgendwo anders Zeit wieder ein. Ja, aber weil, ja, naja, es ist halt, ich möchte nur noch sagen, ich freue mich ja. Es ist ja wirklich der Stein, Gute-Nacht-Stein für schöne Träume, für die Leichtigkeit, für... Der hat die stärksten heilenden Kräfte, sagt man. Er baut deine Kraftzentren wieder auf. Er ist gegen, ja, Ablagerungen im Körper. Er fördert so sein seelisches, geistiges Wachstum. Er ist ein geheimnisvoller Schutzstein, sagt man auch. Ja, er steht halt für das Atlantis, für diese Meereswelt, für diese Energie des Meeres. Also es gibt ja die Menschen, die Bergmenschen sind oder es gibt die Menschen, die Meeresmenschen sind. Aber ich finde, dieser Stein verbindet beides, weil er kommt ja aus einem Berg, aber unter Wasser praktisch. Also er sieht ja auch aus, wenn man so im Meer ist und dann sieht man so das türkise Wasser genauso eine Energie hat, dieser Stein. Er bringt dich sofort zum Strahlen, zum Leuchten. Und das möchte ich natürlich dir gerne geben, denn das ist genau das, was wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, brauchen. Dass wir alle strahlen, damit wir alle wieder in die Leichtigkeit kommen. Und das mit diesem wunderbaren Stein Larimar. Es ist der Stein, der auf jeden Menschen eine ganz besondere Wirkung hat. Und den kann man sich gar nicht entziehen. Und wenn du möchtest, dann, ja, jetzt bin ich ruhig, weil die Andrea schaut mich schon die ganze Zeit runter. Naja, es macht ja gar keinen Sinn, jetzt noch so viel darüber zu reden, wenn wir wahrscheinlich gar keine mehr haben. Das wissen aber die Kollegen bei der Kurzkette. Die Armbänder haben wir ja noch. Ja, aber vielleicht freuen sich ja auch Zuschauer morgen noch. Und dann können wir sie morgen nochmal auch dem einen oder anderen geben. Wir haben aber für alle eine Alternative, wenn die Kette in den Ausverkauf gegangen ist. Das passt natürlich auch wunderbar zu all den Produkten. Die Armbänder, die könnt ihr immer noch bestellen. Aber wer bei der Kette leer ausgegangen ist, dazu kommen wir gleich. Da gibt es eine wunderbare Alternative, die sieht auch toll aus. Die geht auch in Harmonie mit den Schmuckstücken von Gabriele Iazetta. Hier einfach nachfragen. Die Kollegen im Callcenter, die wissen ein bisschen mehr. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn mehr. Aber dann sichert euch zumindest nochmal ein Armband. Denn, ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob da noch genügend da sind für morgen. Aber das werden wir klären. 0800 222 73 30.